ja sie wundervollen menschen es ist wahr es kommt die neue killes moipi voice of peace und ich freue mich euch das endlich ankündigen zu können weil schon in zwei monaten ist es soweit und für mich persönlich ist es eine enorm wichtige scheibe einfach weil es aufarbeitet was die letzten zwei jahre passiert ist und es wird wohl den persönlichsten kill es geben den es jemals gegeben hat auf diese ep ich kann euch noch gar nicht so viel verraten wegen cover tracklist und so weiter und so fort aber checkt euch auf jeden fall dieses teil weil es wird ein richtiger knaller kann ich euch sagen und dieses mal immer so einen kleinen zettel geschrieben dass ich nichts vergesst dieses mal ohne amazon ohne mediamarkt und diese ganzen strukturen einfach im killes more shop checkt durch dieses teil es gibt auch ein bundle es wird vielleicht sogar noch ein zweites bundle geben auch was da genau drin ist werde ich euch alles noch in den nächsten tagen und wochen erklären und zeigen und so weiter und so fort und unboxen und was es nicht alles gibt für youtube für euch da draußen und nicht dass ihr denkt auf diesem youtube kanal wird es deswegen jetzt irgendwie weniger zur sache gehen oder so überhaupt nicht ich habe noch jede menge material für euch ich habe ken vor der linse gehabt ich habe ganz viele rammstein interviews geführt ich hatte ganzer vor der linse ich habe einige interviews geführt und werde euch allen das auch noch zu den musikvideos gekommen alles auch noch raus ballern hier auf diesem youtube kanal also macht euch auf einiges gespannt und wer schon ein paar bisschen neue tracks hören möchte und so weiter packs der musiker ende des monats checkt das auf jeden fall abholt euch ein ticket und so weiter weil dort werden wir schon die ersten songs live spielen und ich sage euch es wird eine unfassbare show ich kann euch gar nicht so viel verraten deswegen halten wir es kurz danke schon mal jedem von euch da draußen nämlich supporten jetzt heißt es wieder welle machen und wir werden was richtig geiles reißen ich sag's euch voice of peace wird was richtig geiles